Minimalismus. Minimal. Ohne Ballast leben. Maximal leben. Vereinfachen. Zeit. Raum. Sein Leben von Grund auf verändern. Lebensqualität. Freiheit. Lebensstil. Klarheit. Logik. Reduzieren auf das Einfache. Übersichtlichkeit. Ordnung. Struktur. Lebensphilosophie. Geisteshaltung. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wie ihr vielleicht in den ersten paar Bildern, die ich jetzt hier so rausgesucht und eingeblendet habe, gesehen habt, habe ich mich ein bisschen mit dem Thema Minimalismus beschäftigt und möchte euch einfach mal so, ohne jetzt irgendwelche Notizen und alles mir gemacht zu haben, ein bisschen mal darüber sprechen, was Minimalismus für mich bedeutet, wie ich den, ja, über die letzte Zeit, sag ich mal, umgesetzt habe, was jetzt gerade so mein, also meine, ich sag jetzt meine, unsere Wohnung betrifft und so weiter und euch vielleicht auch ein bisschen ein paar Tipps oder so geben kann, je nachdem. Genau. Also, ich habe die Bilder bewusst rausgesucht, weil sie sehr unterschiedliche Aspekte vom Thema Minimalismus meiner Meinung nach darstellen. Und ich persönlich bin auf das Thema aufmerksam geworden. Ich würde jetzt so sagen vor zwei Jahren, also als wir hierher gezogen sind und habe mich da ein bisschen zu belesen. Ich habe mir auch ein Buch dann gewünscht gehabt, dann zu meinem letzten Geburtstag, also theoretisch zu meinem 20. Geburtstag. Dann war es mein vorletzter. Auf jeden Fall kann ich euch das jetzt einblenden. Ich habe es nämlich gerade nicht hier, ich habe das nämlich jemandem ausgeliehen. Das Buch habe ich ziemlich schnell durchgelesen. Das beinhaltet so Tipps zum Thema Aussortieren. Aber mir geht es jetzt speziell, wenn ich über das Thema Minimalismus spreche, nicht nur ums Aussortieren, sondern auch ums langfristig minimalistisch Leben. Und ich kann euch jetzt ja mal so spontan ein paar Punkte sagen, was ich auf Dauer sozusagen geändert habe oder auf langfristig geändert habe, was jetzt, sage ich mal, Haushalt oder Alltag generell so betrifft, was für mich auch schon irgendwie minimalistisch ist, weil du entweder irgendwas weniger einkaufst oder etwas generell weniger brauchst oder generell irgendwas mehr Struktur oder System hast. Also, ich versuche mal fünf Punkte aufzuzählen, die mir jetzt spontan in den Kopf kommen. Und ich finde es gerade so cool, weil ich halt wirklich gar keine Notizen mehr gemacht habe. Punkt 1. Zum Thema Struktur und Ordnung. Wir haben vor einiger Zeit so Videos hochgeladen, wo ich die zwei Hängeschränke unserer Küche sortiert und aufgeräumt habe. Und da kann ich euch eben auch die zwei Thumbnails von einblenden. Auf jeden Fall haben wir in dem einen so für zum Beispiel Mehl und sowas so Glasdosen gekauft, die alle gleich aussehen und alle gleich im gleichen Stil beschriftet wurden, was das Ganze viel minimalistischer, sortierter und aufgeräumter gemacht hat. Und für den anderen Schrank haben wir bei den Gewürzen auch so Glasgefäße gekauft, die wir dann auch im selben Stil, auch wie die anderen Glasdosen, beschriftet haben. Und das auf jeden Fall da zum einen einheitlich ist und zum anderen halt sehr übersichtlich und klar strukturiert. Sowas ist, finde ich, für mich persönlich, selbst wenn es halt, was weiß ich, halt zehn Gewürze oder so sind, ist das trotzdem irgendwie minimalistisch. Punkt zwei, wir haben generell bei unserer Deko, bei unseren Räumen und alles irgendwie immer so versucht, uns an ein Farbschema pro Raum zu halten. Wenn man sowas macht, so mit so einer bestimmten Struktur halt, so einem bestimmten Grundstil oder was auch immer, dann kannst du auch einiges an Deko rumstehen haben oder viele Möbel haben, sag ich mal, solange sie dieselbe Farbe oder so den selben Stil haben. Zum Beispiel hier im Schlafzimmer haben wir uns gelb-weiß orientiert und schwarze Akzente gesetzt. Im Kinderzimmer haben wir uns an grün-weiß orientiert, blaue Akzente gesetzt. Nächster Punkt, natürlich das Thema Aussortieren. Also wir haben jeden Raum unserer Wohnung, bevor wir ihn renoviert haben, komplett durchsortiert. Teilweise auch nach der Renovierung nochmal. Und dabei wirklich uns überlegt, wann wir die Sachen zuletzt benutzt haben, wie oft wir sie benutzen, ob man sie sich vielleicht auch einfach ausleihen kann, wenn man sie mal braucht. Nächster Punkt, wir wohnen hier zu dritt, also wir sind drei Personen, aber es gibt halt Dinge, die man gemeinsam nutzen kann. Ich erkläre euch gleich noch weiter, aber wo man vielleicht halt dadurch, dass man zusammengezogen ist, also wir haben, als wir zusammengezogen sind, hat unsere beiden Kinderzimmer sozusagen mitgenommen, also nicht komplett alle Möbel, aber viel halt. Und dementsprechend hatten wir viele Sachen doppelt oder mehrfach. Also zum Beispiel, wir hatten zwei Schreibtische. Und wir haben halt jetzt hier zum Beispiel beim Schlafzimmer uns dafür entschieden, einfach einen Schreibtisch zu haben, einen gemeinsamen, der halt einfach ein bisschen größer ist. Es ist jetzt einfach ein Esstisch, aber dafür, dass es ein Esstisch ist, ist er eigentlich recht klein, im Vergleich zu unserem Esstisch, den wir drüben haben. Auf jeden Fall haben wir halt gesagt, wir sind zwar zwei Personen, aber wenn wir beide gleichzeitig am Schreibtisch sitzen müssen, könnten wir entweder eine am Esstisch und eine am Schreibtisch sitzen oder wir stellen hier zwei Stühle ran, weil das passt halt, weil es ein Esstisch ist, wo auch zwei Personen dran sitzen können. Oder einer sitzt im Bett. Dadurch, dass wir nur einen festen PC haben, der halt hier ist, hat derjenige Vorrang, der den PC da nutzt und der andere kann sich mit dem Laptop irgendwo hinsetzen. Also von daher brauchen wir einfach keine zwei Schreibtische. Okay, ganz anderes Thema, zum Beispiel Putzmittel. Da muss ich sagen, ich habe, als wir angefangen haben aufzuräumen, also zu renovieren und auszusortieren, ganz viele Putzmittel verschenkt, die so für spezielle Sachen waren. Polsterreiniger, Teppichreiniger, unabhängig davon, ob wir es überhaupt brauchen, weil, also, wir haben jetzt hier keinen so festen Teppich in der Wohnung, der so fest in einem Raum verlegt ist, wo man vielleicht so einen Teppichreiniger braucht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also was, ich habe wirklich mir überlegt, mit was putze ich dies, mit was putze ich das und kann man nicht auch ein Putzmittel für mehrere Sachen nehmen? Und im Endeffekt besitzen wir jetzt einen Allzweckreiniger. Im Prinzip würde der wahrscheinlich auch reichen. Ja, einen Badreiniger, der halt einfach für mich vom Geruch her so nach Bad riecht und ich deswegen nicht in der Küche nehmen möchte. Einen Allzweckreiniger, wie gesagt. Dann was für die Toilette speziell, wo ich dann aber auch sage, eigentlich könnte ich die Toilette zumindest das Putzen auch mit dem Allzweckreiniger machen, bloß diese Dinger, die man da so reinwirft, die sich dann so auflösen, das kannst du ja nur für die Toilette und brauchst ja auch nur dort. Also das war jetzt so fünf Punkte direkt aus dem Alltag, aus unserem Leben, wo ich jetzt mal sagen würde, das sind so ein paar Beispiele, wie man, ja, oder wie wir halt minimalistisch irgendwie leben und ja, wie wir aussortiert haben, habe ich euch ja schon erklärt, also dass man bei vielen Dingen einfach so guckt, ja, wann habe ich es zuletzt verwendet und wann werde ich es das nächste Mal verwenden und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Unmengen an Dingen wir aussortiert haben. Zum einen haben wir ganz viel verschenkt, dann haben wir ganz viele Sachen verkauft, speziell Möbel, die sind auch sehr gut losgeworden, vor allem Ikea-Möbel sind sehr wertstabil, zumal, wenn Ikea sich entscheidet, ja, ich nehme die und die Farbe, also den Farbton sozusagen, raus aus dem Sortiment, Leute aber schon Teile davon zu Hause haben und vielleicht jetzt aber noch ein speziell anderes Teil in demselben Farbton haben wollen, dann könnt ihr da eigentlich auch noch einen Aufpreis verlangen. Also Ikea-Möbel verkaufen sich super gut. Wir haben ganz wenig weggeschmissen, klar, es gibt Dinge, die einfach irgendwie mittlerweile kaputt waren und wie sie deswegen auch aussortiert haben oder sowas, aber ansonsten auch zum Beispiel Kleidung haben wir viel, also wirklich viel, viel aussortiert, gerade auch ich. Und ich habe da ganz viel zum Beispiel auch meinen Schwestern gegeben. Das ist natürlich ideal, wenn man jüngere Geschwister hat, die zum einen einen ähnlichen Kleidungsstil vielleicht haben und zum anderen aber sich auch einfach freuen, weil es halt von einem ist und die halt kleiner sind als man selbst noch und dementsprechend dann auch gut in die Sachen einpasst. Dann ist es so, dass wir sehr minimalistisch beim Thema Deko sind. Also wir haben sehr wenig so irgendwas rumstehen. Ich gucke mich jetzt hier gerade um. Also Blumen, finde ich, zählen zwar auch zur Deko, gerade auch so, wenn man speziell Blumentöpfe hat oder sowas, aber wir haben vier oder fünf lebendige Blumen in der ganzen Wohnung und wir haben, ja, mehr als fünf Räume und drei Blumen stehen auch schon hier. Also, ne, wisst ihr Bescheid. Aber ansonsten so, manche Leute stellen sich ja gerne irgendwelche so Skulpturen oder was auch immer, irgendwas, irgendwelche Staubfänger stellen sich Leute gerne auf oder es gibt auch so Leute, die so saisonal dekorieren. Also die, was weiß ich, zu Ostern komplett die Wohnung dekorieren. Weihnachten ist das Einzige, was ich vielleicht nachvollziehen kann, aber Ostern, dann, was weiß ich, dann so ein bisschen Frühlingszeug nach Ostern halt. Dann im Sommer eher irgendwas mit vielleicht Blumen oder sowas. Im Herbst ganz viel so zum Thema Orange, Rot und Blätter und so. Ich freue mich darüber, wenn Leute da Spaß dran haben. Ich schaue mir sowas auch gerne an, also auch so Videos oder wenn halt Leute schön dekoriert haben, finde ich das auch persönlich sehr, sehr schön. Sofern es halt passend ist zur Wohnung und generell die Deko stimmig. Aber ich persönlich dekoriere einfach so schlecht wahrscheinlich, dass ich es deswegen nicht gerne mache. Also sowas haben wir halt fast nicht. Und ja, dekoriere aus diesem Grund auch eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, wie gesagt, sowas macht für mich auch irgendwie Minimalismus aus, wenn man halt Möbel hat und einfach glatte Oberflächen, alle schön staubgewischt und fertig, ja. Also ich finde sowas, äh, sieht halt auch schön aus, wenn man, weiß ich nicht, da kommen die Möbel vielleicht auch besser zur Geltung. Es ist auf jeden Fall so, meine Art und Weise. Andererseits zum Beispiel jetzt hier im Bett, äh, wir haben uns eine Tagesdecke in der passenden Farbe gekauft, wir haben uns fünf dekorative Kissen in der passenden Farbe gekauft, wir haben komplett neue Bettwäsche gekauft, die halt dann auch farblich dazu passt. Also Bettwäsche ist jetzt keine Deko, aber ich überlege gerade, wir haben hier, äh, echt viel so Kram gekauft, dass es irgendwie aber trotzdem alles zusammenpasst. Und, äh, ja, wenn man dann die Kissen schön hinschlichtet und die Tagesdecke drüber und alles, dann hat das auch irgendwas von Deko und, äh, ja, weiß ich nicht, einen stimmigen Charakter, sowas reicht mir dann auch. Äh, und Kissen sind im Bett jetzt nicht Fehlernplatze, aber ich muss mir jetzt hier oben zum Beispiel, aber hier oben drauf, muss ich mir nicht noch dies und jenes und sonst was draufstellen. Ein weiterer Punkt. Wir haben fast, äh, keine Vorräte, also damit meine ich alles Mögliche, aber, äh, wir haben halt von allem, was wir da haben, nur so viel da, wie wir es brauchen. Bis zum nächsten Einkauf oder was auch immer. Somit haben wir zum einen halt viel mehr Platz und zum anderen aber auch viel weniger Dinge halt da. Ähm, was jetzt zum Beispiel nicht Essen betrifft, äh, wäre, was weiß ich, so Druckerpapier oder sowas oder Fotopapier oder weiß ich nicht. Also sowas zum Beispiel haben wir halt jeweils eine Packung oder so und wenn wir ein neues brauchen, dann kaufen wir ein neues. Oder halt Thema Essen, äh, von Vorräten her, ähm, wir gehen einmal die Woche, machen wir einen großen Wocheneinkauf und, ähm, da kaufen wir jedes Mal so Konserven und, ähm, so trockenen Teigwaren, Nudeln und, äh, all sowas, was halt alle ist. Ähm, haben dann aber dafür eben zum Beispiel nur eine Dose Mais halt da und, äh, was weiß ich, vielleicht zwei verschiedene Sorten Nudeln. Ähm, aber, äh, ja, kaufen das halt dementsprechend dann nach und es ist nicht so, dass wir dann halt eine Vorratskammer haben, wo wir diese Sorte und diese und jene und was auch immer Nudeln haben, weil du kannst es ja eh nicht in der Zeit alles aufessen, bis du das nächste Mal einkaufen gehst. Und wenn halt die Dose Mais alle ist, dann machen wir halt stattdessen eine Dose Bohnen ran oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, wir haben auch das Glück, wir wohnen hier, weiß ich nicht, 100 Meter, 150 Meter, Luftlinie wahrscheinlich nicht mal 100 Meter von einem Supermarkt entfernt, der bis 22 Uhr, glaube ich, offen hat. Also von daher könnten wir da auch jederzeit was holen. Aber seit wir hier wohnen, waren wir zum einen in diesem Laden vielleicht maximal 10 Mal, äh, zum anderen, ähm, waren davon vielleicht 5 Mal, dass wir abends irgendwann noch losgegangen sind, noch irgendwas geholt haben, aber vielleicht auch einfach, weil wir es aus Dummheit oder so vergessen hatten beim Wocheneinkauf und nicht, weil unbedingt wir das jetzt genau in dem Moment brauchten und dann nicht drauf verzichten konnten und es vielleicht schon alle waren. Was ich aber abschließend eigentlich sagen kann und das ist im Prinzip auch nur so ein, ja, grober, äh, Überblick, ähm, mal so ein bisschen einfach drauf losreden von mir zum Thema Minimalismus, äh, war, ich habe vergessen, wie ich meinen Satz angefangen habe, auf jeden Fall, ähm, sollte das jetzt ja auch nicht ausführlich irgendwas werden. Ähm, wenn ihr allerdings Lust habt, ähm, auf irgendwie Aussortierungstipps oder Strategien, was auch immer, könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben, ähm, wir freuen uns da über Feedback, dass wir, äh, wissen, was euch vielleicht auch Spezielleres halt interessiert. Zum anderen, ähm, so Thema Aufräumen, Organisations-, was auch immer, Videos haben wir schon, die zwei, die ich am Anfang erwähnt habe, gedreht. Dann das Kühlschrank-Video kann ich auch nochmal verlinken und euch das Soundnail einblenden. Da habe ich den Kühlschrank sauber gemacht und dann so systematisch nach Kategorien einsortiert. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und fand ich auch sehr, ja, irgendwie, äh, sinnvoll, auch sowas mal zu machen. Ähm, auf jeden Fall, sowas in der Art wird es auf jeden Fall nochmal geben, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber wenn ihr auch spezielle Wünsche habt, vielleicht zum Thema mal, was weiß ich, zum Beispiel Kleiderschrank, Sortierungseinräumen, Methoden nach, Farben nach, was auch immer, keine Ahnung, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wenn ihr da mal Bock habt, dass wir sowas mal ausprobieren. Wir haben jetzt einen riesengroßen Kleiderschrank, haben erstmal alles reingeräumt, weil wir sehr, sehr schnell halt hier fertig werden wollen mit dem, äh, Renovieren und, ähm, dementsprechend könnte man da bestimmt noch einiges optimieren. Also von daher, wenn ihr auf irgendwas davon Lust habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir, äh, also ich glaube, mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, sowas zu drehen und generell zu sortieren, aufzuräumen, was auch immer. Und zum anderen, äh, glaube ich, dass man halt immer irgendwie einen Mehrwert von hat. Entweder man hat es danach halt ordentlicher oder man merkt, wie man es nicht möchte oder was für ein System vielleicht nicht für einen passt. Also von daher, äh, man hat nichts zu verlieren. Dann bedanke ich mich für, äh, eure Aufmerksamkeit, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mal sehen, was es dann gibt. Und, ähm, ja, dann bis zum nächsten Video.